Hallo Leute, hier ist wieder GCG und das sind die dritten GCG News. Dann fange ich gleich mal an. Ich benenne jetzt nicht alle Themen. Ich rede einfach drauf los. Also das erste wäre, dass... Zum ersten Mal kommen wir zu den Let's Plays. Das Minecraft-LP hat ja angefangen. Das wird... werde ich wahrscheinlich nicht so oft... wird nicht so oft kommen. Denn ich bin gerade sehr viel... rum-modden. Also ich mache nicht selbst Mods. Ich mache ganz viele Mods drauf. Deswegen wird es wahrscheinlich erstmal nicht so viele kommen. Dann das Need for Speed Hot Pursuit Let's Play wird... leider auch abgebrochen, denn... ja, Fraps bringt irgendwie Need for Speed immer zum Abstürzen. Und somit hat das keinen Sinn. Ja, das wäre dann das zweite abgebrochene Let's Play. Aber dafür, dass das eine Let's Play abgebrochen wird, kommen zwei neue Let's Plays bald. Und zwar das wäre einmal Portal 2 und Portal 2 Together. Also, ähm, also halt eben beides im Let's Play. Das Portal 2 dürfte eigentlich jeder kennen. Und, ja, kann man nicht viel zu sagen. Dann, ähm, was mir der... ähm, Propaganda 2012... ja, oder 2012 Propaganda. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie rum. Der hat mich gefragt, ähm, also er hat mir gesagt, dass ich mehr Tags machen sollte zu den Videos. Also, danke, ist mir gar nicht aufgefallen, habe ich auch gleich mal gemacht. Und ich... vielleicht kriege ich ja jetzt mehr Views, danke. Und dann hätten wir auch noch... hat er auch noch gesagt, dass ich regelmäßig Videos hochladen könnte. Das wäre besser. Ähm, kann ich nicht, sage ich mal so. Das geht nicht. Denn ich brauche erstens, ähm, muss ich Zeit haben zum Let's Playen. Wenn ich Zeit habe, brauche ich noch Lust dazu. Dann, wenn ich Lust habe und das aufgenommen habe, dann muss ich es noch rendern. Das kann mal bei so einer 15-Minuten-Folge, kann das schon mal 2-3 Stunden dauern. Dann muss ich es auch noch hochladen. Das kann dann auch nochmal 3-4 Stunden dauern. Also, ist das alles ein bisschen kompliziert. Ähm, ja. Und dann ist... wir hatten ja mal beim letzten... bei den letzten GCG News hatten wir mal was... hatte ich mal was vom Server angesprochen. Ja, den Server, ihn gibt es. Aber er ist erstmal nur... wir haben ihn bei Nitrado gemietet, aber er ist erstmal noch nicht für alle da. Ja, wir haben erstmal nur 8 Slots. Läuft, glaube ich, bis zum 10. bis zum 10. bis zum 10. siebten. Und ja, wenn dann... wenn da dann abläuft, die Miete, dann machen wir... kaufen wir uns für ein Jahr wahrscheinlich mit mehr Slots. Und dann können erstmal... dann können auch alle erstmal drauf. Wer will, kann dann da drauf. Die IP werde ich dann auch noch geben und alles. Ach. Joa, dann... Natürlich wird dann mit dem Server auch der TS-Server kommen. Keine Ahnung wann. Fragt mich nicht. Ähm, genauso gut wird dann auch das Forum kommen. Aber das wird weiter, 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 weiter dahinter kommen. Also, der Server wird nächsten Monat kommen, das ist klar. Aber mit dem ganzen Rest, mit dem TS-Server und dem Forum, keine Ahnung. Joa, das war's dann eigentlich auch schon. Ähm, dann sag ich mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer GCT. Ja, dann sag ich mal tschüss.